Wir sind heute Abend in den Loft Tonstudios in Hamburg. Hier wurden großartige Filme synchronisiert. Heute haben wir mit David Strisow, diesem großartigen Schauspieler und Rezitator, den Audioguide zur Ausstellung Brian Albans Photography aufgenommen und wir sind sehr stolz über das Ergebnis. Auch der Himmel, mit leichten Wolken marmoriert, liegt auf dem dunkelblauen Meer, das nur von wenigen Wellen aufgeschäumt wird und mit seinem horizontalen Ende den goldenen Schnitt des Bildes markiert. Die harmonische Raum- und Farbkomposition strahlt Ruhe aus. Ich finde es immer spannend, auch mal solche Sachen zu sprechen. Ich fand die sehr gut formuliert, ich fand das sehr gute Texte. Ich finde auch als Museumsbesucher oder Ausstellungsbesucher finde ich es immer toll, wenn man so einen Guide hat. Ja, ich mache das total gern. Sir Mick Jagger, 2008. Mick Jagger ist eine Ikone, die allen Generationen bekannt ist. Brian Adams fängt in dieser Fotografie die dynamische Ine.